Hallo, mein Name ist Dejan Novakovic und ich habe Andreas vor einem Jahr persönlich kennengelernt. Auf dem Mastermind habe ich mich länger mit ihm ausgetauscht und dachte mir schon, wow, krasse Ideen und vor allem echt krasses Wissen, was Traffic und Conversion angeht. Wir haben jetzt vor kurzem ein Interview miteinander geführt auf YouTube und ich habe da so viel mitgeschrieben und alleine aus dem Interview konnte ich mal extrem viel rausziehen. Ansonsten ist es so, wenn ich mal Ideen brauche oder Tipps, wenn es um Facebook Werbung geht, dann kontaktiere ich deswegen den Andreas, wenn ich genau weiß, dass er immer den richtigen Hack von mir hat. Ich kann jedem empfehlen, zumindest einmal ein Telefonat mit ihm zu machen und es kann nicht schaden, wenn ihr euch von ihm beraten lässt, weil er wirklich sehr, sehr viel drauf hat. Und ich danke dir lieber Andreas, dass du uns geholfen hast, dass wir unseren Traffic steigern und unsere Conversion optimieren können. Danke dir.